Hey Leute, willkommen zum Review zum brandneuen Anker Soundcore, einem kleinen Bluetooth-Lautsprecher. Fangen wir direkt mit der Verpackung an und die ist sehr minimalistisch gehalten, was mir wirklich sehr gefällt. Sie ist komplett in schwarz, gut verarbeitet und beinhaltet ein paar kleine Gimmicks. Der Inhalt ist ebenfalls wie die Verpackung sehr minimalistisch, was aber gar nicht so schlimm ist. In der Verpackung finden wir einmal den Lautsprecher an sich und ein MyUSB-Kabel. Wenn wir unter den Karton schauen, finden wir noch eine Garantiekarte sowie eine Bedienungsanleitung. Mehr ist dann aber auch nicht drin, also kommen wir direkt zum Lautsprecher. Der Anker Soundcore macht optisch einen sehr guten Eindruck. An dem mattschwarzen und abgerundeten Plastikgehäuse kann man nicht meckern. Es sind keine scharfen Ecken und Kanten vorhanden. Auf der Oberseite befinden sich insgesamt fünf Tasten. Ein Ausschalter, lauter, leiser, Playstop und ein für die Bluetooth-Kopplung. Es sind keine Touch-Tasten, was aber gar nicht so schlimm ist. Mir gefällt es sogar, dass es keine sind. So kann man zum Beispiel in dunkleren Situationen quasi erfüllen, wo sich die jeweilige Taste befindet. Auf der rechten Seite finden wir eine LED, einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Lautsprechers und einen AOX-Eingang. Ein Aux-Kabel ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Machen wir euch gerade AOX und Aux gesagt? Egal. Außerdem haben wir noch ein Mikrofon, womit man zum Beispiel auch Anrufe tätigen kann. Und das klingt auch recht in Ordnung. Kommen wir noch kurz zu ein paar Fakten. Der Anker Soundcore wiegt knapp 365 Gramm und soll eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden haben. Das ist echt einfach krass. Zusätzlich ist der Lautsprecher knapp 16 Zentimeter lang und verfügt über Bluetooth 4.0. Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken wir ein paar Sekunden auf die Ein-Aus-Taste. Einen Moment später sollte ein kleiner Sound abgespielt werden. Danach können wir entweder den Lautsprecher mit einem Auskabel mit unserem PC verbinden oder via Bluetooth an unser Smartphone, Tablet, Laptop oder sonstiges koppeln. Während man den Lautsprecher mit einem Device koppelt, blinkt das LED-Licht vorne. Sobald ein Sound abgespielt wird und die LED darauf leuchtet, weiß man, dass die Kopplung erfolgreich war. Die Tonqualität ist durch die zwei 3-Watt-Lautsprecher ausgezeichnet. Auch bei einer höheren Lautstärke lässt sich keine Verzerrung wahrnehmen. Die Höhen und Mitten sind ausgewogen und der Bass ist für diesen relativ kleinen Lautsprecher echt gut. Das alles haben wir einem neuen Design im Innenleben zu verdanken. Von der genauen Funktionsweise habe ich aber absolut keine Ahnung und Anker wird auch nicht so viel Preis geben. Aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen, deswegen machen wir einfach weiter. Natürlich ist es schwer, den Sound eines Lautsprechers über ein Mikrofon wiederzugeben. Falls ihr die Möglichkeit habt, diesen Lautsprecher zu testen, dann tut es. Ansonsten könnt ihr hier eine kleine Probe hören. Und es wurde aufgenommen mit dem Rode VideoMic Pro Ricode. Ach und übrigens, die Play-Taste hat noch ein kleines Feature. Wir können damit nicht nur den momentan laufenden Song anhalten und weiterspielen lassen, sondern auch überspringen. Einfach in kurzen Abständen doppelt draufdrücken und schon wechselt es zum nächsten Song. Was auch bei YouTube-Playlists funktioniert. Was ich total cool finde. Alter, warum braucht ihr das so lange, um zu laden? Das ist nicht cool. YouTube, warum? Warum tust du das, YouTube? Come on. Durch Shamping. Durch das. Los. Okay, das will ich gehen, aber ihr habt gesehen. Okay. Anchor verspricht eine Reichweite von ca. 10 Metern. Inwiefern das wirklich stimmt, kann ich euch nicht sagen. Aber ich selber stehe nie mehr als 5 Meter weg von meinen Lautsprechern, weswegen ich das völlig ausreichend finde. Und das war es. Mein Review zum Anchor Soundcore. Wie ist eure Meinung zu dem Teil? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und vielen Dank nochmal an Anchor, die mir den Lautsprechern zur Verfügung gestellt haben. Den Link zum Soundcore findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.